Ein neuer Werkstoff? Eine ungeahnte Wechselwirkung? Nie gesehene Mutationen? Was wird uns begegnen? Wir sind Reisende ins Reich der Erkenntnis. Wir reisen mit unserem Wissen, unserer Intuition und mit Hilfe hochleistungsfähiger Anlagen. Ein ultraschneller Röntgentomograph gewährt uns Einblick in die Lebensadern der modernen Industrie. Er macht verborgene Strömungsprozesse sichtbar. So können wir sie optimieren und Energie sparen. Verborgene Strömungen in biochemischen Reaktoren erfassen wir mit schwimmenden Sensorsystemen. Mit den Bewegungsdaten können wir die Energieeffizienz der Prozesse steigern. Unsere Reise führt uns in das faszinierende Universum des menschlichen Körpers. Neue Diagnose und Therapieverfahren gegen Krebs sind unser Ziel. Welches Potenzial steckt in den Immunzellen? Es ist uns gelungen, sie genetisch so zu verändern, dass sie ein- und ausgeschaltet werden können, um Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören. Wir bestrahlen Tumore zielgenau mit Protonen und entwickeln radioaktive Arzneimittel gegen Krebs. Die Expedition führt uns ins Innere der Erde. Mit unserer weltweit einzigartigen Großversuchsanlage Dresdünn wollen wir die Entstehung des irdischen Magnetfeldes verstehen. In einem tonnenschweren rotierenden Natrium-Tank werden wir den flüssigen Eisenkern unserer Erde simulieren. Wird es uns gelingen, den rätselhaften Umpolungen des Erdmagnetfeldes auf den Grund zu gehen? Können wir damit auch Antworten auf Klimafragen finden? Wir reisen weiter in das Reich der Radioaktivität. Welche Materialien bieten einen zuverlässigen Schutz vor radioaktiver Strahlung? Wie gehen wir sicher mit radioaktiven Abfällen um? Welche Endlagerstandorte garantieren für eine Million Jahre sichere Lagerung von Atommüll? Wir sind unterwegs, um Ressourcen unseres Planeten zu retten. Gold, Kupfer, seltene Erden. Unsere Elektrogeräte enthalten große Mengen an wertvollen Rohstoffen. Wie bringen wir diese endlichen Ressourcen in einen Kreislauf der Wiederverwertung? Wie vermeiden wir Verluste? Wie können wir nachhaltiger leben? Unsere Expedition führt uns ins Reich der Megakräfte. Unsere Großgeräte eröffnen neue Dimensionen, orientiert an künftigen Forschungsfragen. Sie sind Magnet für Forschende aus aller Welt, die sie für ihre wissenschaftlichen Experimente nutzen. An unseren sechs Standorten schaffen wir Grundlagen und technische Lösungen für neue Entwicklungen in den Bereichen Energie, Gesundheit und Materie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017